Mich auf jeden Fall vergewissern, dass meine Gäste höchst zufrieden sind. Ich würde die ganze Zeit im Hotel herumlaufen und alle meine Kollegen versuchen zu motivieren. Durch das Hotel gehen und mir so viele Meinungen einholen, wie ich kann. Ich würde meinen Tag mal damit beginnen, dass ich durch die Operative spaziere und mir das Tagesgeschehen anschaue, weil so bekommt man meiner Meinung nach den besten Eindruck. Ich würde uns freigeben. Zu allen Mitarbeiterinnen gehen und ihnen herzlich danken für ihre, seine Arbeit. Durch das ganze Hotel gehen, mit den Mitarbeitern reden, ihnen Wertschätzung zeigen und die Stimmung wahrnehmen. Würde ich viel Spaß haben in der Arbeit. Ich will jedem Mitarbeiter meinen Dank aussprechen. Meine Mitarbeiter unterstützen beim Gästekontakt, aber auch sollten sie nicht in den Operations arbeiten hinter den Kulissen. Jedem Mitarbeiter die Hand schütteln und einfach Danke sagen, weil ohne die Mitarbeiter einfach der Hotelbetrieb nicht möglich wäre. Einfach zu schauen, dass es meinen Mitarbeitern und meinen Gästen gut geht. Wie geht. Ich will alles zusammen. Lange habe ich vor, aber schon mal.